Das es einige ehemalige Bundesligaspieler immer wieder in niedrigere Spielklassen zieht, ist keine Seltenheit. So ist es auch im Fall von Konstant Jakpa, der Linksverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum SC Hessen Dreieich. Der Regionalliga-Aufsteiger der hessischen Mittelstadt im Landkreis Offenbach konnte sich somit noch einmal namhaft verstärken. Jakpa war seit über einem Jahr vereinslos, eine Verpflichtung war daher noch möglich. Der 31-jährige Ivora spielte neun Jahre lang in den obersten deutschen Spielklassen, nachdem er im Sommer 2008 von Pandori Tagu Jiu aus Rumänien zu Bayer Leverkusen wechselte. Für die Nationalmannschaft der Elfenbein Kust, das ist Konstant Jakpa, willkommen in Andrei Aikund, will er folge MIT und Seren Youngs, HTTPS, colon, slash, slash, t.co, slash, 83, Nudo, A. September 2018 dort erlebte Jakpa seine wohl erfolgreichste Zeit und stand für die Adler in insgesamt 81 Partien nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal, sondern auch in der Europa League auf dem Platz. Doch nach fünf Jahren in Frankfurt war Schluss, der Vertrag wurde nicht verlängert. Im Januar vergangenen Jahre schlug der 1. FC Nürnberg zu, doch auch die Franken, trennten sich nach einem halben Jahr wieder von Jakpa. Insgesamt stand er 129 Mal in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga auf dem Platz, doch nun beginnt der Neuanfang in der Regionalliga Südwest. In Dreieich wird die Verpflichtung als großer Coup gefeiert, mit der Verpflichtung von Konstant Jakpa unterstreichen wir unsere Idee, planvoll und schrittweise den Übergang in professionelle Strukturen beim SC Hessen Dreieich zu vollziehen, wird beispielsweise Manager Yüksel E-Kids auf der vereinseigenen Website zitiert. Der Vertrag gilt zunächst bis zum 30. Juni 2019, weshalb zunächst abzuwarten ist, wie sich Konstant Jakpa in der 4. Liga schlägt.